Moinsin ihr Füchser da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu Mars Effect. Wir befinden uns momentan in der Kolonie Zeus Hope, wo einiges am Argen liegt. Die guten Leute hier haben kein Strom, wobei sie sehr strommäßig ausfallen. Sie haben kein Strom, kein Wasser und keine Nahrung und wir sollen uns doch mal ein bisschen um alles kümmern. Somit schauen wir gerade mal ins Journal. Hier seht ihr jetzt auch schon. Hier ist einiges los. Wasserversorgung. Findet die Wasserventile. Wird das Ganze auf der Karte irgendwo angezeigt? Energiezellen sollen wir finden. Sucht in den Tunneln, in den Tunneln, in den Tunneln. Also alles in den Tunneln. Wir schauen uns einfach jetzt mal in den Tunneln um und gucken mal, ob wir finden, was wir suchen. Wenn ich die Map öffne, zeigt er mir auch noch nichts an. Alles klar, wir gehen einfach gucken. Also wir brauchen, einmal müssen wir den Alpha-Warren umbringen, damit die Warenjagd wieder starten kann. Dann müssen wir die Ventile für die Wasserversorgung finden. Drei Stück an der Zahl. Und wir müssen Energiezellen auftreiben, um die Kolonie wieder mit Strom zu versorgen. Unsere Energiezellen, der Normen, die sind nicht kompatibel. Deswegen müssen wir hier auf dem Planeten irgendwas finden. Schauen wir uns direkt mal um. Bis jetzt, hier war glaube ich nichts. Hier war einfach nur eine Gethwelle. Ich gehe trotzdem noch mal bis zum Schluss. Nicht, dass hier irgendwo, da rieselt schon der Scheiß von der Decke, jetzt doch irgendwelche Ventile oder so sind. Aber das sieht alles leer aus. Dann bleibt nur der lange, unheimliche Gang mal wieder. Und dann können wir uns jetzt auch weiter in die Kolonie hinab begeben und mal schauen, was wir alles finden. Sieht ein bisschen hübsch aus hier, auch wenn es Asche vom Himmel regnet. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber sonst sieht es ja nice aus. So, mal gucken. Das war dieser Gang hier. Mal sehen, wie linear es ist. Vielleicht müssen wir nur dem Gang folgen und finden automatisch alles. Glaub ich aber nicht. Der rieselt schon wieder. Also hier ist schon mal... Nächstes müssen wir mal gucken, ob es Abzweigungen oder sonst was gibt. Nicht, dass man was übersieht. Aber bis jetzt alles entspannt. So, okay. Hier ist auch nichts los. Okay, hier geht's lang. Ich ziehe schon mal vorsichtshalber die Waffe. Was haben wir denn da momentan? Warte mal. Ne, warte. Falsch. Die will ich. Dankeschön. So, gucken wir mal. Ich sehe jetzt gerade im Moment keine Gas. Ah doch, da wird es auch schon rot. Mal sehen, hier geht es nicht lang. Ah, hier scheint ein Loch in der Wand. Alles klar. Hier ist ein Löchlein in der Wand. Da gehen wir direkt in Deckung. Oh, macht der da so ein Schild, die Sau. Uh, Raketen. Ah, da scheint ein... Da ist ein Wasserventil. Aha, wunderbar. Das erste Ventil ist entdeckt. Können wir direkt mal wenigstens schon mal ein bisschen Wasser wieder fließen lassen. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Wir kümmern uns darum. Mal sehen. Hier geht da... Tatsache, da geht das raus. Da hätte ich jetzt erstmal gar nicht erwartet. Wir gucken uns erstmal weiter hier in dem Ventilsystem um. Oh, ich hätte schon blockiert. Wisst ihr schon Bescheid? Uh, wir Schweine da oben. Uh, 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 uh. Oh, Raketen. Ah. Scheiße, da kommt was runtergeflogen. Oh, da geht die Tür wieder zu. Auch nicht schlecht. Nüt. Moin. Ah. Explosionen. Mal sehen. Hier sieht das nicht so aus, als wäre hier noch so ein Ventil. Ah, wir laufen... Ach, du Scheiße. Wir laufen mal lang. Hier ist auf jeden Fall ein Point of Interest. Oh, Krogana. Oh, oh. Krogana ist nie so gut. Oh, 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 oh. Hier. Einmal was hinschmeißen am Granaten. Stand der da gerade einfach nur rum und hat sich nicht bewegt? Ist auch nicht schlecht. Wow, holy shit. Was war das denn? Oh, noch einer. Huh. Kommt der angestürmt, die Sau. Nix ist... Aus. Bei Fuß und so. Okay, mal schauen. Ein Technik-Kit. Nur immerhin. Waffen-Upgrade und Energiewandler. Alles nehmen. Das ist ein Transmitter-Turm. Hä? Soll ich den kaputt machen? Sieht wohl so aus. Jetzt haben wir einen G-Transmitter-Turm kaputt gemacht. Aber auch nicht schlecht. Ich wusste nur nicht, dass wir das machen sollen. Aber, ne. Man lernt ja nix nicht aus. Was haben wir hier? Noch ein Upgrade-Kit. Oh, nehm mal mit. Ich will es mit Elder Scrolls-Like, will ich hier mal mit R alles aufnehmen. Aber das funktioniert hier nicht. So, okay. Das war das. Gut, wieder zurück. Es beginnt verwirrend zu werden. Man muss echt aufpassen, wo war man jetzt schon? Wo waren wir noch nicht? Hier geht's ja auch raus. Wie ich sagen... Ich glaube, wir gehen erstmal hier weiter und gucken, weil hier wird wahrscheinlich gleich das nächste Ventil sein. Wand! Ja, schießt ihr mal Raketen? Und ich hole mir mal grad mein Skill hier. Wo ist er denn? Der da. Was das? Das scheint's gewesen zu sein. Na gut. Gucken wir mal. Waffe kannst du wegstecken, Shepard. Jetzt erstmal Ruhe hier. Fürs Erste. Wenn wir jetzt hier zurückgehen. Das scheint er hier zu einer anderen Tür zu führen. Die geht auch gar nicht auf. Alles klar. Guti. Haben wir wieder was gelernt. So gehen wir weiter hier lang. Mhm. Ach Gott. Wer bist du denn? Moin. Ian. Sie sollten nicht dort runter gehen. Wer sind sie? Was machen sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Ach, das klingt... What the fuck ist denn los mit dir? Sie sind irgendwie seltsam. Nee, alles in Ordnung? Was ist nur los mit ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den GTA, stimmt's? Sie sind nicht die einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wie, wie meinen sie das? Wer außer uns sucht noch nach den Gate? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Im Fleische des... Alles dreht sich darum, dass... Alles klar. Der Mann ist am Ende. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Wie kann ich helfen? Kann man ihnen irgendwie helfen? Wollen sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Kampf? Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Feidahn. Fragen Sie ihn nach... Ah! Ich frage ihn nach... Ah! Wird gemacht, Junge. Kiss! Hau ab, ihr Schweine! Machst das schon? Okay, das war eine... Interesse... Oh gut, wir gehen jetzt, ne? Tschüss! Nett, dich kennengelernt zu haben, oh Freak. Fragen Sie ihn nach... Ich will fragen ihn nach... Gucken, was er erzählt, wenn wir ihn nach... Fragen. Gucken, ob Shepard das auch so macht. Wäre witzig, ne? Ich muss sie was fragen, du. Wegen... Was kannst du mir dazu sagen? Nicht viel. Oh Mann, ey. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Hier geht es nicht weiter. Ich soll nicht nach unten gehen, hat er gesagt. Moment, ich will gerade mal gucken, ob es nach unten noch geht. Ich habe keinen Weg nach unten gesehen, aber das heißt ja nichts. Ich bin immerhin... Mein Orientierungssinn und so, ihr wisst ja schon Bescheid. Vielleicht ist da hinten auch noch eine Tür. Ne, hier ist... Hier ist nichts. Gut, tschüss. Wir sehen uns. Lass dich nicht von den Gäbs fressen, ne? Jo, jung. Hau mal rein. So. Du, 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 du. Shepard läuft, ey. Na, 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 na. Alles ist cool. Ja, wenn du das sagst, so. Oh, ein... Da habe ich ja einfach stumpf so ein Wasserventil übersehen. Jetzt gucken wir gerade mal nicht, dass ich noch eins übersehen habe. Weil es sind drei. Und ich glaube, wir haben jetzt soweit ja alles... ...an Tunnels angeguckt. Wie schnell man doch so ein Wasserventil übersehen kann, ne? Also hier ist keins mehr. Jetzt gehen wir doch nochmal zurück. Ach, Rex läuft auch niedlich. Wutz, wutz, wutz. Er ist halt ein bisschen dicker, ne? Da merkst du halt auch. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier. Also da ging nix. Da hinten war nix. Da haben wir auch keine Ventile oder sowas übersehen. Ne. Müsst jetzt durch, dass ich so ein bisschen hin und her flippe, ne? Man muss ja auch alles angucken. Nicht, dass man was übersieht. So, durch hier. Durch den Tunnel. Wahrscheinlich habe ich in dem Tunnel davor irgendwo so ein Wasserventil übersehen. So leicht, wie das geht, ne? Zack. Oh, mal dran vorbeigeschlendert. Jetzt nochmal gucken. Also ich gucke jetzt aus Sicherheitsgründen nochmal da rein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nur den Gästtransmitter und kein Wasserventil hatten. Aber man weiß nie. Deswegen einmal nochmal nachgucken. Schadet nicht. Hier ist nix. Hier an der Wand ist nix. Hier an die Wände ist auch nix. Ne, ne, ne. Alles cool, alles cool. Und hier ist nur der Transmitter gewesen, der inzwischen auch kaputt ist. Das hat sich auch gleich von selbst abgebaut. Oh, die haben mich zerschossen. Dann räume ich mich mal weg. Nett, oder? Das ist auch Service. Gut, wieder zurück. Dann haben wir noch einen Tunnel und da war noch eine Tür. Durch die gehen wir immer noch. Wahrscheinlich werden wir da den Alpha irgendwas finden. Und in dem Tunnel davor wird irgendwo seitlich vermutlich noch so eine Geschichte gewesen sein für Wasser. Jetzt kommen wir erstmal hier. Der Shepard klippert erstmal. Moisem. Ihr seid ja süß aus. Oh oh. Oh, holy shit. Drauf, Leute. Keine Gefangenen. War's das schon? Da sind doch keine Alpha. Ich würde ja sagen. Da ist der Alpha. Oh, der hat ja voll was ausgehalten. Der Waran fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Ja, das glaube ich, wenn er von Projektilen durchsiebt ist. Dies muss das Alpha-Tier sein. Der Anführer des Raubtierrudels. Okay, der hat auch eine andere Einfärbung gehabt. Das ist Diablo-esk hier. So. Hier ist auf jeden Fall ein Schlammkanister. Vielleicht sind da diese Elektro-Dinger drin. Ne. Schauen wir uns mal weiter um. Hier haben wir Energiezellen. Diese alten ausgemusterten Fahrzeuge hat eine noch funktionsfähige Energiezelle. Erstaunlich breitwillig hergegeben. Das haben wir schon mal. Ein fehlerhaftes Objekt wieder. Wunderbar. Dann nehmen wir mal mehr. Dann gucken wir mal. Wir brauchen noch ein so ein Ventil für Wasser. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Aber ne. Ich war einfach nur zu doof. Manchmal ist ja gar nichts kaputt. Manchmal ist man ja einfach nur zu blöd. So. Hier geht das nicht weiter. Okay. Das war recht einfach. Waran tot. Energiezelle haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch das letzte Wasserventil. Da bin ich bestimmt dumm, wie ich bin dran vorbeigelaufen. Bin mir ganz sicher. Hupsi, was ist das? Irgendwie so wird das gewesen sein. Schauen wir mal. Oh, Gäste sind wieder da. Hallo. Holy shit. Ich komme mal gerade zu Besuch. Oh, hey. Lasert mich nicht an hier. Oh mein Gott. Ihr seid ja recht aggressiv. Was ist das? So, jetzt einmal genau gucken. Den haben wir aktiviert gehabt, ne? Aber ich sehe da nichts mehr. Kaputter Ding hier. Steht im Weg. Den hatten wir. Da ist noch ein Wasserventil. Bäm. Die haben wir auch alle. Na super. Dann können wir jetzt zurück. Da. Das war's. Das System ist aktiviert. Jo. Wir tun was wir können ihn. Dann gehen wir mal zurück. Wenn ich den Weg noch finde. Und quatschen mal mit den ganzen Kolonisten. Die freuen sich alle, dass wir... Das war jetzt recht schnell abgefrühstückt, die Problemchen. Die stellen sich da an. Oh, wir verhungern. War doch gar nicht so schlimm. Einmal hier durch die Tunnels. Bisschen was umbringen. Bisschen paar Knöpken zu drücken. Und das Problem ist gelöst. So. Erstmal wieder den Weg zurückfinden. Hä? Was war das? Das war gruselig, ne? So. Dort nix. Dort nix. Da lang. Durch den langen Tunnel. Und dann links. Wenn ich mich rechts entsinne. Super. Hier ist eine Tür. Fahrstuhl zum Prod Skyway. Nein, noch nicht. Noch sind wir nicht so weit. Zum Skyway geht es erst, wenn wir dann zur Basis gehen. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Da gehen wir zur Basis. Jetzt wollen wir erstmal wissen, wer die andere Gestalt oder was auch immer ist, die hier versuchen, Gäste zu finden. Aber bevor wir das machen, quatschen wir erstmal mit den Leuten, die Essensration und so weiter wollten. Machen wir das als erstes. Dann haben wir das abgefrühstückt. Juhu. Sudale. Oh, Shepard. Bisschen mehr Elan, ne? Hei, 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 du. Da gleich drei, die dicken, drei dicken Ausrufezeichen. Das ist nicht mal erfolgreich. Fangen wir mit ihm hier drin an. So, Jung. Ich hab mich drum gekümmern, ne? Willkommen, Commander. Das Alpha-Männchen ist tot. Ich habe den großen Waren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Gäte beseitigt sind. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Hier, bitte. Nehmen Sie dies für Ihre Mühen. Es ist zwar nicht viel, aber alles, was wir haben. Man hätte ihn auch zwingen können. Gib mir das Geld. Aber wir sind ja nett, ne? Ich hab ja gesagt, wir sind mal freundlich. Wobei es ja eigentlich immer mehr Spaß macht, Arschloch zu sein. Aber wir sind mal freundlich. Gute Arbeit mit den Gäte. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ja, ja, ich weiß. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Sehen Sie sich die mal an. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Feidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Dankeschön. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Brummen? Ich weiß nicht, ob so eine Kolonie brummen soll, aber mach mal. Fitness. Verbessert die Gesundheit um 20%. Jo, mach mal. Pistole könnte man natürlich auch noch ein bisschen aufpimpen, ne? Sturmangriffstraining. Waffenschaden um 6%. Erhöhten Nahkampfschaden. Ja, Nahkampfschaden benutzen wir nicht so viel. Wir machen erstmal weiter Fitness. Umso mehr halten wir aus, ne? So. Was haben wir noch? Guten Tag, du. Freundliches Mädel. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Nein, der Weihnachtsmann. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Gate loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Immer gerne. Danke nochmal als Commander. Also wachsen lassen, naja, ich sag mal so. Es ist alles ein bisschen kaputt, aber ihr kriegt das hin. Ich bin zuversichtlich, ihr schafft das. Jetzt quatschen wir nochmal mit dem Anführer Dödel. Gucken mal. Schauen wir mal, ob sie das noch lohnt. Oh, zwei Minuten. Da reicht. Da reicht. Da reicht er. So viel wird er uns nicht zu sagen haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Zip. Zip. Oh, was ein riesiges Gebiet. So, mein Freund. Wir müssen doch mal ein bisschen Klartext quatschen. Commander, was kann ich für Sie tun? So, seltsames Verhalten. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Gate fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns? Ich habe einen Gehtransmitter in den Tunneln zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Ich weiß, ich weiß. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Anderes Thema. Lassen Sie uns über Zeus, Hope und Ferros im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Mann in den Tunneln. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Im Ernst? Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen. Aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Medikamente? Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Naja. Okay. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Was sagt denn das Journal als nächstes? Lieferung untersuchen. Geht das hier nicht noch weiter? Missionen darf Ferros sein. Gas-Angriff zum Exogeny-Hauptquartier. Nehmen Sie den Fahrschul zum Zeus-Hope runter zum proteanischen Skyway. Bahnen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug einen Weg zum Exogeny-Hauptquartier. Und untersuchen Sie die Gas-Aktivitäten. Alles klar. Das werden wir machen. Aber erst im nächsten Part. Denn der hier ist schon wieder rum. Würde ich sagen, machen wir hier ganz entspannt einen Break. Und im nächsten Part nehmen wir dann den Skyway hinab. Und gucken. Das ist auch witzig, ne? Skyway nach unten. Ich will nicht darüber diskutieren. Auf jeden Fall nehmen wir dann den Skyway. Fahren mit unserer Karre da mal durch. Und gucken, was die Gästen da hinten im Exogeny-Hauptquartier so treiben. Bis dahin erstmal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gern unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Euer Blaufuchs.